Hallo und herzlich willkommen auf sportwetten.org. Wir stellen euch heute den Online-Buchmacher Batsin vor. Wir zeigen euch, wie einfach ein Account erstellt werden kann, wie die Ein- und Auszahlungen funktionieren und die ersten Wetten platzieren wir auch noch gemeinsam. Damit ihr immer von allen Bonusaktionen profitieren könnt, solltet ihr am besten unsere Seite öffnen und dann hier auf zur Anbieter-Webseite klicken. Es öffnet sich dann auch die Internetseite von dem Buchmacher und da wir noch gar keinen Account haben, gehen wir erstmal hier auf Konto eröffnen. Es steht auch ganz groß hier in der Mitte und es ist dann natürlich erforderlich, erstmal einige Details einzugeben, nachdem die Seite ihr geladen habt. Nachdem ihr die Daten eingegeben habt, müsst ihr hier jetzt nochmal auf Erstelle ein Konto klicken. Das dauert einen kleinen Moment, aber gleich können wir dann auch schon die erste Einzahlung vornehmen, aber davor müssen wir erstmal kurz dann die Handynummer bestätigen. Nachdem der Account bestätigt wurde, können wir gleich die erste Einzahlung vornehmen. Das geht hier zum Beispiel per Mastercard oder auch vielen weiteren Dingen und das machen wir jetzt auch einfach mal. Dafür sind natürlich noch diverse weitere Daten in diesem Falle notwendig. Nachdem die Daten eingegeben sind, müssen wir nochmal auf Einzahlung klicken. Das dauert einen kleinen Moment und dann können wir gleich, da wir hier ja mit der Kreditkarte bezahlt haben, auch direkt die Einzahlung vornehmen und auch dieses Geld in die ersten Wetten platzieren. Hier oben auf der Startseite wird nur noch angezeigt, 10 Euro Guthaben haben wir hier aktuell und jetzt können wir natürlich die ersten Wetten platzieren. Dafür gehen wir einfach mal in den Bereich Sportwetten hier hinein, ein sehr großer Bereich hier bei Betzen und es gibt natürlich hier gleich viele verschiedene Sport an. Zum Beispiel ist hier mit dabei Fußball, man kann hier auf Weltmeisterschaften wetten, aber auch auf vieles mehr, zum Beispiel in Deutschland die erste Bundesliga natürlich sehr, sehr beliebt. Und hier schauen wir uns gleich mal an, was so zur Verfügung steht, zum Beispiel Hamburg gegen Bayern. Da klicke ich jetzt mal auf Bayern, weil ich auf Bayern wetten möchte. Und hier kann dann die Einzahlung vorgenommen werden, also der Betrag, den wir hier in die Wette platzieren möchten. Da nehme ich einfach mal 5 Euro, gehe auf Senden und Bestätigen. Das dauert einen kleinen Moment und dann wird die Wette hier jetzt auch erfolgreich abgegeben. Und wir schauen gleich mal weiter. Wir möchten noch eine weitere Wette platzieren, zum Beispiel hier Mainz gegen Dortmund. Dort möchte ich auf Dortmund setzen und ich wähle hier in diesem Fall einfach mal 3 Euro und klicke hier ebenfalls wieder auf Senden und Bestätigen. Nun ist das Guthaben hier natürlich geringer, bei nur noch 2 Euro, weil wir jetzt diese Wetten erstmal platziert haben und diese natürlich quasi noch laufen. Wenn wir sie gewinnen bekommen, dann natürlich unseren Gewinn auf dieses Guthaben hier ausgezahlt. Aber wir möchten euch jetzt noch zeigen, wie leicht ihr eine Auszahlung auf euer Konto oder eure Kreditkarte vornehmen könnt. Falls ihr zum Beispiel Wetten platziert habt und diese gewonnen habt, möchtet ihr das Geld ja eventuell wiederhaben. Deshalb blickt ihr einfach hier oben auf euren Namen und dann auf Auszahlen. Es öffnet sich dann hier ein kleiner neuer Bereich, in dem die verschiedensten Auszahloptionen hier angezeigt werden. Die Banküberweisung ist das, was ich persönlich empfiehle. Dort müsst ihr dann noch einfach draufklicken und schon bekommt ihr das Geld innerhalb von einigen Tagen auf euer Konto zurücküberwiesen. Und das war dann auch schon der mittlerweile sehr bekannte Buchmacher Betzen aus Schweden. Wir wünschen euch nun viel Spaß bei euren Wetten. Vielleicht schaut ihr bei dem Anbieter einfach mal vorbei. Da er auch an der Börse notiert ist, ist es auf jeden Fall ein ziemlich seriöses Unternehmen. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.